Hi, ich bin der Matthias, 29 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker bei der Firma Hellmann, weil mir das praktische Arbeiten sehr gut gefällt. Den Beruf hatte ich vorher schon erlernt, aber ich habe mich jetzt entschieden, etwas anderes zu machen. Alles gut, Matthias, heute ist der Herr Ried, 8 Familienhaus zu machen. Wir fangen an im Haus B, Haus A ist nun soweit, das dauert noch ein bisschen. Ich mache den Beruf jetzt seit 25 Jahren, mir macht der immer noch sehr viel Spaß. Also es ist jeden Tag einfach was anderes. Jede Baustelle ist ein neues Abenteuer sozusagen, man lernt immer was dazu. Ist einfach super, gefällt mir. Zu meinen Aufgaben gehört auch das Zurechtbiegen von Blechen. Jeder muss für sich selber wissen, was er tun möchte. Es gibt zig Perspektiven, ihr müsst euch nicht gleich sofort auf irgendwas festlegen, aber für mich ist es im Endeffekt das Richtige, was mir Spaß macht. Der Beruf, der hat definitiv hat einfach Zukunft. Ich meine, man kann sich auch in sämtliche Richtungen noch weiterbilden oder andere Perspektiven sich schaffen. So, und jetzt geht es aber auf die Baustelle. Wenn euch das gefallen hat, macht doch einfach mal ein Praktikum bei uns, dann kann ich euch alles ein bisschen zeigen. Ich bin jetzt mal ein paar Minuten. 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 Vielen Dank.